Es war einmal ein Zeitalter, in dem die Natur Aeternum beherrschte. Dann kam die Menschheit, um sie zu berauben. Doch jetzt ändern sich die Zeiten. Die Urwächter der Erde erobern ihre Herrschaft zurück. Alles Leben wird sich unserem Willen beugen. Und wer sich uns in den Weg stellt, bekommt unseren Zaun zu spüren. Der Weg wird sich um ein Schwellen zu spüren, zu spüren. Dramatische Feur. Dramatische Feur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020